Wenn alle Einsatzkräfte dieses Grenzschuld eingestellt ist, ich richte mich jetzt an meine Familie. Es wird gewisse Dinge geben, die du demnächst über mich erfahren wirst in ein paar Tagen. Aber du sollst wissen, dass ich dabei immer nur an dich gedacht habe. Ganz egal, wie es aussieht. Laufen Sie, Mr. White!